Dieser Ford Transit System ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem weißen 5 Thüringen Wim Platz. Der Wim besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Einparkhilfe, Startstopp-Automatik, elektrische Fensterheber und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,3 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 21.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.